Hallo und herzlich willkommen bei RettoCampbell. Ich bin heute wieder auf die Jagdmach ein Ticket und heute auf das Spiel Star Trek Fleet Command. Viel Spaß! Wir sind heute wieder unterwegs in den Star Trek Universum. Oh, der wurde nicht abgeknallt. Schön. Freut mich. Dann hole ich mir erstmal hier meine Forschungen und meine Gebäudebauaufträge ab. Und verbessern wir den. Lager ist voll. Ich brauche Unterstützung dabei. Verbessern wir den. Unterstützung, Forschung. Was kann ich da machen? Kämpfen war, glaube ich, voll gewesen. Den kann ich. Starten. Okay, machen wir. Oh, Unterstützung. Anfordern. Dann haben wir noch Station. So. Sind die erstmal fertig. Rekrutieren. Habe ich die 100 voll oder noch nicht? Geschenke. Erstmal Geschenke abholen. Geschenke sind Punkt. Abholen. Abholen. Und den nächsten abholen. Rekrutieren. Zweimal. Ansehen. Ja, den können wir machen. Den können wir mal so machen. Ach ja. Immer noch nicht 400 voll. Also warte mal mit denen noch. Offiziere. Da ist doch hier was im Busch. Levelaufstieg. Nice. Fangen wir mal mit denen noch unten in die Wand. Geht gar nicht. Warum sagten wir, dass ich da was aufleben kann? Ach, der ist gar nicht da. Warte mal. Wir holen ihn mal kurz schnell ab. Ähm, das war ich hier. Einsammeln und den nächsten abholen. Da ist er wieder. Einsammeln. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder zu den Offizieren. Wir werden ein paar Offiziere aufleveln. Passt. Das läuft. Das läuft. Dinge noch. Ich glaube ich. 21.000. Warte mal. Wir schauen mal nach dem Schiff erst mal. Damit ich nicht alles hier in den Offizieren ausgebe, sondern auch ein bisschen in den Schiffen. Wenn ich kann. Hui. Wie war das nochmal? Das war auf dem Schiff klicken, oder? Verwalten. Verbessern. Geht nichts. Das ist gut. Verbessern. Da ist etwas. Das war's. So, die Schiffe sind fertig. Schiffe sind fertig. Schiff. Aber hier einmal Ressourcen. Ich glaube ich hatte. Herz gesammelt, ne? Ne. Was hab ich denn gesammelt gehabt? Ach, hier. Kristalle. Fertig. Gut. 9, 9, 9, 9. 9, 9. 9, 9. Da besiege zwei Feinde auf Level 15. Das wird ein bisschen schwierig. Ich fliege so eine Sternbasis. Ich fliege so eine Sternbasis. Ist mein eine Schiff schon fertig? Wo ist die Sternbasis? Da ist sie, ne? Ich komm da gar nicht hin. So, ein Mist aber auch. Alles durcheinander heute hier. Wirklich. Nicht das Spiel. Ich. Das nicht. Zur Sternbasis fliegen. Minus. Silma. Minus Silma. Schauen wir noch mal kurz. War das da ja eine? Minus Silma. Minus Silma. Das ist. Gemat. 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 Minus Silma. Wo ist Minus Silma? Minus Silma, wo bist der Mensch? Kann das nicht hier irgendwie suchen? Habt ihr das gefunden? Also ich nicht. Ich. gehen wir einfach so nach andern fest schleicher besiege den fall schleicher ort mal den da isa was soll ich denn das machen nächste quest liefert den kern die klingone ok wo sind die bei opla fliegen wir dahin nach opla dann kriegen die klingonen ein geschenk von mir hier die litium die litium das ist palmstahl das ist das das ist die ist das tritanium ich muss die 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 brauche ich nein da war ich noch gar nicht anscheinend da fliegt noch sieben minuten dahin das war doch hier oben irgendwo gewesen ach da müssen wir da rein fliegen das system zeige da ist es da so lange wie die fliegen kann ich noch mal kurz in der basis rein schnuppern außen innen drin sind da ja ok verbessern geht jetzt gerade nicht bei schon zwei oder geht das schon zwei in gange zur stationsrück dann machen wir die außenpost mal schnell fertig start war das ist ehren und töten doppelklick war das 82% da ist noch ein klingone noch so wenig habe ich noch einen komm dann gehst du weg nehmen wir den hier der ist zwar von abbauen aber vielleicht sind die ja brüder schaffen es trotzdem nicht dann machen wir das anders wir nehmen die hier ach die macht schon alleine 100% nimm vor discovery komm nehmen wir die einfach machen wir ein mix start und die nächste die sind unterwegs dann nehmen wir die hier dnj ok dnj dnj habe ich bestimmt da nehmen wir den perfekt das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht immer noch nicht sie ein frauenteam perfekt quest abgehen oh schleichende machtzunahme habe ich voll jawohl zwei kisten habe ich ein meilenstein und ach hat schon bald direkt abgeholt gut der ist schon da warte mal den und du gehst hier hinten mal ein bisschen arbeit 44 sekunden ist er da dann schauen wir mal kurz wie lange er braucht um das abzubauen kriege ich noch meinenstein ne doch nicht was ist da drin ein container nimm wir mal peak peak genau ist schon mal abgestürzt das passiert mir in letzter seite mal häufiger bei plus deck sind die 10 minuten schon rum nein bis gleich so leute ich wollte das spiel gerade wieder starten auf habe ich gesehen dass das ticket doch schon da ist dann hole ich das ticket ab und so hat doch schon für's zuschauen ich würde mich freuen wenn auch nichts mehr weiß bis heute viel spaß und auf wiedersehen tschüss